lieber francis wissen ist macht das zitat stammt von francis bacon ich behaupte francis bacon wußte nicht was er da schrieb denn ansonsten würde es zweifelsohne wissen ist scheiße heißen denn im gegensatz zum guten francis habe ich einen zustand erreicht an dem ich gerne nicht mehr wüßte von gar nichts ich sehne mich unbeschreiblich nach unwissen ja fast nach abgestumpfter dummheit und beneidenswerter ahnungslosigkeit ich empfinde wissen in letzter zeit als last als erdrückende belastung die mir tagsüber den atem und nachts den schlaf raubt und ich ertappe mich immer wieder dabei wie ich mit wehmut an meine kindheit zurückdenke in der das universum und mein leben noch klein und überschaubar waren und sich vorrangig zwischen meinem kinderzimmer und der grundschule abspielte außerhalb davon existierte nichts keine welt keine kriege kein hunger keine politiker keine verbrechen mir war es egal ob pferd kuh rind oder emus in der lasagne waren und solange sie schmeckte mich interessierte nicht wer in den usa präsident war und in welchem land dieser gerne ein wenig die menschenrechte anderer zu verletzen plante denn ich wußte gerade mal wer bundeskanzler war und das auch nur weil kohl meine gesamte kindheit kanzler war ich wußte nichts und erfreute mich daran dass mein einziges problem darin bestand entsprechend viel taschengeld zu sparen um mir genügend saure pommes kaufen zu können um mich in ein ordentliches zuckerkoma zu fressen mehr als zwanzig jahre später stelle ich mich mit dem thema zuckerkoma zwar mit derselben cremigen entschlossenheit stehe aber ansonsten recht ratlos und verzweifelt da weil langsam die gewißheit überwiegt daß mein universum scheiße groß geworden ist und sich stückweise meinem einfluß entzieht kriege waren selbst für mich nichts neues schließlich reihte sich seit dem golfkrieg meiner kindheit einer an den anderen die ganze munition die kleine kinderhände so fleißig in irgendwelchen ausländischen baracken polieren müssen ja schließlich auch irgendwo zum einsatz kommen nein an kriege kann man sich gewöhnen er passiert ja in der regel woanders was recht praktisch ist da man wenn man selbst kein blut auffischen muß ihn ziemlich einfach ignorieren kann zwischendurch poltern dann mal bilder von kleinen afrikanischen kindern mit aufgedunstenen bäuchen und fliegen in den augen durch den fernseher ins wohnzimmer und man ist bis zum ende der sendung so betroffen daß man fast vergisst die dritte packung das sport aufzuessen die man gerade angebrochen hat dasselbe gilt natürlich auch für irgendwelche flut opfer tsunami opfer reaktor opfer erdbeben opfer terror opfer amok lauf opfer dauernd passiert etwas dauernd leiden menschen und fast ist es ein bisschen störend und unhöflich wie sie da so vor sich hin leiden und uns in unseren schönen leben an unserem samstagabend auf unserem sofa stören und belästigen mit ihrem blut den tränen und rührseligen geschichten es ist verflucht anstrengend anschließend angemessen transformer eins bis drei zu gucken wenn einem vorher die leichenteile um die ohren gehauen werden aber irgendwie gelingt es uns ja doch denn seitdem die raff in frührente gegangen ist leben wir hier ja im sonnenstaat und auch wenn wir ordentlich motzen über brüderle das wetter und bauer sucht frau so haben wir es doch ganz schick hier daher mögen wir auch nicht diese vegetarier und veganer und sonstige weltverbesserungsscheißer die dauernd antraben und uns unter die nase reiben wie genau dieser burger den wir im begriff sind zu verputzen entstanden ist und was da alles so drin ist denn sind es nicht einmal leidende menschen in den nachrichten die uns den feierabend versauen dann sind es leidende tiere plötzlich hört man was von zugefütterten antibiotika und dioxin man hört von vergasten und kleingeschretterten küken man hört von tieren die ihre kurze existenz in ihren eigenen excrementen stehend verbrachten also schnell zum billig supermarkt wo es billig bioprodukte gibt die uns unser wohliges gefühl zurückgeben sollen für das wir montags bis freitags von 8 bis 17 uhr so hart gearbeitet haben natürlich könnten wir auch richtige bioprodukte kaufen aber die sind so teuer und warum teuer wenn es die auch billig gibt und warum die so billig sind nein das wollen wir nicht wissen schließlich steht ja bio drauf und wenn wir betrogen werden sollten dann könnten wir uns zumindest hübsch entrüsten schließlich haben wir ja nichts falsch gemacht aber kaum hat man das billig bio hack im kühlschrank verstaut kommt irgend ein jute hemd träger an und fasst etwas von h&m shirts und von kick und ob man kein schlechtes gewissen hat wegen fairem arbeitslohn und kleinen kindern irgendwo in kambodscha und du denkst nur daß der jute hemd träger weggehen soll und wie der überhaupt hier reingekommen ist und wie man diese information so schnell wie möglich vergessen kann denn schließlich hat madonna eine neue kollektion für h&m entworfen und das eine schwarze top ist echt cool und dabei auch noch vergleichsweise günstig und all das kann man vielleicht noch irgendwie verdrängen vergessen wegschieben denn es passiert ja anderen menschen anderen tieren nicht einem selbst das leben ist hart und kein ponyhof und wäre es ein ponyhof dann wären keine ponys mehr da weil lasagnen machen sich ja heutzutage auch nicht von selbst wenn dann allerdings einem dinge zu ohren kommen die einen doch selbst betreffen fallen einem mit einem schlag die vielen anderen dinge ein die man die letzten zwanzig jahre so super erfolgreich vergessen hat wenn man sich plötzlich ein bisschen zu viel mit plastik beschäftigt und weiß was bisphenol a ist und man realisiert daß 50 prozent des eigenen besitzes aus plastik ist inklusive der lebensmittelverpackungen wenn man plötzlich mal aspartam googelt und augenblicklich weiß daß man nie wieder cola light oder andere light produkte zu sich nehmen wird und dann entsetzt feststellt wo aspartam noch so alles drin ist wenn man plötzlich erfährt daß aluminium noch schädlicher ist als aspartam und bpa zusammen und man erst mal stunden im drogeriemarkt verbringt um ein deo zu finden das ohne aluminium auskommt plötzlich ist das nicht mehr mein kleines universum das universum ist aus den fugen hatte man mit bio noch die pseudomöglichkeit sich ein gutes gewissen zu erkaufen und konnte man durch vermeiden von kick und co sich selbst noch extrem geil finden findet man sich plötzlich in einer situation wieder in der man nicht einfach anders handeln kann denn die alternative wäre sich eine holzhütte im grünen irgendwo weit weit draußen am besten in kanada zu kaufen selbst gemüse und obst anzubauen sein vieh selbst zu füttern und zu schlachten und sich selbst seine klamotten zu filzen zu stricken zu häkeln und zu weben denn hier in der urbanen welt zwischen mcdonald's filialen und tankstellen romantik ist es fast unmöglich all dem aus dem weg zu gehen ein leben ohne spermien reduzierendes bpa zu führen ohne demenz begünstigende aluminiumhaltige tabletten gegen sodbrennen ohne kinderarbeit ausbeutung und leid also stehe ich einfach apathisch und hilflos in meiner wohnung und starre abwechselnd meinen sohn und meine besitztümer an die der belang dafür sind daß der mensch nicht weiß was er hier auf diesem planeten macht was er sich selbst antut und den nächsten generationen und ich habe das gefühl nichts dagegen tun zu können denn ich will nicht nach kanada ziehen ich will all das stattdessen nicht mehr wissen ich will wieder unbeschwert t shirts kaufen die von flinken indischen händen im sekundentakt und zu einem hungerlohn hergestellt werden ich will wieder auf mein iphone schauen ohne zu meinen in der ferne das gequälte stöhnen chinesischer arbeiter zu hören ich will wieder zu mcdonald's und burger king und kleine geschredderte und wieder zusammengeklebte hühnerbabys essen ich will cola light saufen und jedes deo jeden kaugummi und jede zahnpasta benutzen die ich verdammt nochmal benutzen will ohne mir sorgen machen zu müssen daß ich oder mein kind davon krebs kriegen ich will dreckigen strom aus riesigen instabilen atomreaktoren ich will meine dioxinverseuchte pferdefleisch lasagne und dann irgendwann unwissend dumm aber in schicken klamotten und wohlgenährt an krebs oder anderen selbstverschuldeten krankheiten sterben wenn wissen wirklich macht ist mein lieber francis dann ist unwissen glück und der der nichts weiß und deshalb noch zufrieden in seinem kleinen universum lebt zu beneiden ein glück das mir nicht mehr vergönnt ist würde ich auch noch zufrieden in seinem kleinen universum lebt